Ja, das läuft. Wie viele Level gibt es da? 1000? Oh mein Gott, man weiß es nicht. Und jetzt kommt Level 7. Na sowas. Mal schauen, was noch alles dazu kommt an komischen Hindernissen. Let's go. Blau, 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 blau. So weit, so gut, ey. Boah, die Combo. Nein, ich deb... Ja, irgendwie geschafft. Savepoint, savepoint. Oh Gott. Könnte schlechter laufen, könnte schlechter laufen. Oh mein Gott. Was war das? Warum bin ich da hingelaufen? Aua. Konzentration jetzt mal hier. Geht voll ab. Jawohl. Nice, würde ich mal sagen. Immer nur zwei Sterne, scheiße. Nicht gut, nicht gut. Musst du die Farbe deiner Spur wechseln? Ja, natürlich, weiß ich doch. Geld. Blau. Woah, woah. Oh mein Gott. Alter, wie ich abgehe. Wir sammeln den Shit. Rot. Gelb. Rot. Blau. Gelb, 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 gelb. Gelb, gelb, gelb. Wow. Was zur Hölle? Was war denn das? Ich hoffe mal, das war richtig. Keine Ahnung. Keine Ahnung. War nicht schlecht. Halte Fresse, Frau. Wir machen das jetzt einfach. Wir splätzern alles mit unserer Farbe voll. Der Easy Mode. Äh. Jetzt werde ich ja fast... Was ist das? Was zur Hölle war das? Ich verstehe. Ah. Ich verstehe. Keine Ahnung, aber... Ich glaube, das war nicht schlecht. Was? Das habe ich gemacht. Aha. Oh yeah. Hallo, spring doch. Oh, wartet. Sorry. Der Fernseher schaltet sich aus. Ah. Ja, ist okay. Oh Gott, war das knapp. Oh mein Gott, geil. Checkpoint, checkpoint. Alter, alles verpasst. Doch nicht. Doch nicht verpasst. Oh nein, 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 nein. Wo komme ich jetzt hin? Okay. Kabam. Oh Gott, Wahnsinn. Der Hände Wahnsinn.